Hallo YouTube, mein Name ist Manu von Jean-Hilft hier und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mathematik im Schnelldurchläuf, Lauf, Lauf, Lauf. So, heute wird's hart, wir haben das letzte Mal lineare Gleichung und lineare Gleichungssysteme behandelt und gelöst mit diversen Verfahren, haben gesagt, wir behandeln heute die quadratischen Gleichungen, die Lösungsverfahren von Gleichungen höheren Grades und damit fangen wir gleich mal an. Es geht um die quadratische Gleichung, so wie eine lineare Gleichung ist eine quadratische Gleichung natürlich eine Gleichung und man kann auch sagen, dass die quadratische Gleichung eine Erweiterung der linearen Gleichung ist. Es kommt nämlich zur linearen Gleichung in der allgemeinen Form nur noch ein Glied dazu. Wir sehen hier, dass bx plus c ist gleich 0, wenn wir uns das ax² plus mal wegdenken, sehen wir bx plus c ist gleich 0 und von diesem, beziehungsweise von dem mx plus n ist gleich 0, ob wir jetzt b und c oder m und n haben, ist eigentlich egal, aber die Struktur kennen wir eigentlich schon aus der linearen Gleichung. Jetzt haben wir hier aber eine quadratische Gleichung und das heißt, wir haben hier noch ein x² dabei und in diesem Fall ist das halt ein ax², weil natürlich vor dem x² noch was steht. Dann gibt es eine Normalform. Die Normalform ist insofern unterschiedlich von der allgemeinen Form, als dass zur linearen Gleichung nur noch ein x² dazukommt, ohne Faktor davor. Hier werden b und c, beziehungsweise m und n jetzt umbenannt in p und q. Warum das so ist, fragt mich nicht. Ich habe keine Ahnung, ich kann es euch nicht erklären. Es ist einfach so, es musste halt irgendwann mal festgelegt werden. px und, also p und q haben wir hier. Und dann gibt es noch zwei Sonderformen. Einmal, dass das lineare Glied fehlt, quasi das bx, beziehungsweise das px, dass das mit nur x, das Glied fehlt quasi, beziehungsweise der Faktor b ist gleich 0, dementsprechend fällt das weg und einmal fehlt das Absolutglied. So wird das Glied gelernt, dass kein x als Faktor hat, sondern nur c in diesem Fall. In der zweiten Sonderform ist c 0. So, und dann machen wir uns gleich mal daran, diese Gleichung zu lösen, denn darauf läuft es letztendlich immer hinaus. Die erste Sonderform, da habe ich mal ein Beispiel, und zwar 3x² minus 27 ist gleich 0. Das können wir ganz normal lösen, beziehungsweise ganz normal ist gelogen, aber erstmal ist es das Einfachste, was es gibt. Wir rechnen nämlich das wie eine normale lineare Gleichung aus, wir rechnen plus 27, wir rechnen durch 3 und kommen auf x² ist gleich 9. Jetzt müssen wir nur noch die Wurzel ziehen und kommen auf ein Ergebnis. Das ist falsch. Wir müssen nicht nur noch die Wurzel ziehen, wir müssen die Wurzel ziehen. Und das ist bei Gleichung so eine Sache, denn da braucht es jetzt ein wenig Logikverständnis. Wenn man eine Zahl quadriert, kommt man auf das Quadrat dieser Zahl. Wenn man eine negative Zahl quadriert, kommt man auf das Quadrat der negativen Zahl. Jetzt wissen wir aber, dass wir, wenn wir zwei negative Zahlen miteinander multiplizieren, was ja passiert, wenn wir eine negative Zahl quadrieren, dass wir dann auf eine positive Zahl kommen. Das heißt, es gibt für die 9 zwei Zahlen, die man quadrieren muss, damit man auf die 9 kommt. Und diese beiden Zahlen sind 3 und minus 3. Es gibt da so einen tollen Spruch, der mir irgendwie eingeprägt wurde. Der heißt, es ist die Zahl gesucht, die mit sich selbst multipliziert 9 ergibt. Es ist nicht die Wurzel aus 9 gesucht, denn die Wurzel ist so definiert, dass sie der positive Wert ist. Aus der Zahl, die mit sich selbst quadriert, was weiß ich, wie das weitergeht. Aber die Wurzel ist definitiv eine Rechenoperation, die ein positives Ergebnis liefert. Punkt. Das ist so. Jetzt ist aber die Zahl gesucht, die mit sich selbst multipliziert 9 ergibt. Und deswegen müssen wir die Wurzel da in Anführungsstrichen schreiben, weil jetzt nämlich plus 3 möglich ist und minus 3. Und so müssen wir es auch aufschreiben. x1 und 2 ist plus minus 3. Wir können auch aufschreiben, x1 ist 3 und x2 ist minus 3. Kapiert? Wenn nicht, nochmal angucken das Ganze. Eigentlich nicht sonderlich schwer. Sonderlich schwer ist auch nicht die zweite Sonderform. Mit dem Beispiel, ein bisschen wie eben, nur dass ich jetzt die 0 nach vorne geholt habe, beziehungsweise hinter die 27 noch ein x geschrieben habe. Das Ganze kann man faktorisieren. Faktorisieren ist eine Rechenregel, bei der man sieht, man hat hier quasi, Dividend, Minuend, nein, Moment, Subdrehend, Minuend, heißt das so? Ich weiß es nicht. Wir haben hier zwei Elemente, die miteinander verknüpft sind, mit Plus oder mit Minus, in diesem Fall mit Minus. Und dementsprechend haben wir in diesen zwei Elementen etwas, was gleich ist. Und zwar 3x. Und da sieht man hier auch schon ganz schön, dass ich dieses 3x ausgeklammert habe. 3x, Klammer auf, x minus 9. Wenn man das jetzt wieder ausmultiplizieren würde, 3x mal x, hätte man 3x². Und 3x mal minus 9, hätte man minus 27x. Das heißt, das hier unten besagt dasselbe wieder oben. Und wichtig ist eigentlich nicht die 3, die man ausklammert, oh, okay, sondern wichtig ist das x, das man ausklammert. Das ist ganz wichtig. Und jetzt kommt nämlich das nächste, was wieder ziemlich viel Logik entbehrt oder voraussetzt, sagen wir es so. Es geht nämlich darum, dass wir uns jetzt Gedanken machen darüber, wann ein Produkt 0 ist. Und ein Produkt ist genau dann 0, wenn 1, einer, mindestens einer der Faktoren 0 ist. Wir kennen das, ein Produkt ist quasi mal. Wir haben a mal b, also irgendeine Zahl mal irgendeine Zahl ist, soll 0 ergeben. So, jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass diese Gleichung, dieses Produkt 0 ergibt. Das geht einmal damit, wenn a 0 ist, also wenn die erste der beiden Zahlen 0 ist, dann ist 0 mal b, ist automatisch 0, egal welche Zahl b ist. Oder wenn b 0 ist, egal welche Zahl a dann ist, dann ist das auch 0. Und genau so ist es hier auch. Wir haben hier 3 Faktoren. Wir haben einmal den Faktor 3, wir haben einmal den Faktor x und einmal den Faktor x-9. Und die 3, die kann nicht 0 werden, weil das irgendwie eine falsche Aussage wäre, aber das x kann 0 werden. Das erste x. Das heißt, dieses spezielle Produkt ist dann 0, wenn der erste Faktor 0 ist, x1, oder wenn der zweite Faktor 0 ist. Dementsprechend ist x-9 0 und das können wir ganz normal lösen mit plus 9 und damit haben wir x1 gleich 0, x2 ist gleich 9. So viel zu den Sonderformen und so viel zum Einfachen, in Anführungsstrichen. Jetzt kommen wir zur Normalform. Beziehungsweise es ist nicht wirklich, doch, es ist die Normalform. Doch, es ist aber nicht die allgemeine Form. Die Normalform ist die Form mit p und q. Wir erinnern uns, wir haben keinen Faktor, beziehungsweise keinen Koeffizienten. Heißt das Koeffizient? Keine Ahnung, egal. Wir haben keinen Faktor vor dem x². Und dann können wir uns diese Lösungsformel hier angucken. Diese Lösungsformel steht in jedem Tabellenbuch, in jeder Formelsammlung steht diese Lösungsformel drinne. Mindestens einmal, ich glaube sogar zweimal, weil die bei der Funktion nochmal auftritt. Wichtig hierbei ist, dass man die eigentlich auswendig können sollte. Wenn einem so ein bisschen was an Mathe liegt, wenn einem so ein bisschen was am Matheunterricht liegt, an der Zensur, die man da kriegt, an dem, ob man da durchsieht oder schnell zurande kommt, sollte man diese Formel auswendig kennen. Und das ist auch gar nicht schwer, diese Formel auswendig zu lernen, beziehungsweise die immer wieder einzusetzen, anzuwenden. Da gibt es einen ganz coolen Trick. Den werde ich, da komme ich aber nachher noch darauf zurück. Fakt ist, diese Formel ist Gesetz. Die ist so, wie sie ist Gesetz. Ich kann euch die Herleitung zeigen, möchte ich aber nicht. Das wäre ein bisschen zu viel für dieses Video. Wir haben hier ein Beispiel und wie schon erwähnt, müssen wir erstmal unsere Gleichung, die wir bekommen, in die Normalform bringen. Das machen wir dadurch, indem wir einfach durch a rechnen. Damit fällt natürlich der Koeffizient, beziehungsweise der Faktor vor dem x² weg, beziehungsweise wird zu 1 und da steht gar nichts mehr. Da steht nur noch x² plus 3x minus 4 ist gleich 0. Bis dahin dürfte es klar sein. Jetzt habe ich hier nochmal ausgewiesen, dass p gleich 3 und q minus 4 ist. Das habe ich jetzt noch dazu geschrieben, damit wir uns das besser merken können. Und jetzt nehmen wir uns die Lösungsformel und setzen 3 und minus 4 da ein. Eigentlich nicht weiter schwer. Jetzt kann man das Ganze noch so ein bisschen auflösen. Minus 3 halbe bleibt natürlich vor dem Plus Minus. 3 halbe in Klammern zum Quadrat wird zu 9 Viertel und minus minus 4 wird zu plus 4. So und jetzt kann man natürlich daraus Dezimalbrüche machen, indem man sagt, 3 halbe, minus 3 halbe sind minus 1,5 und 9 Viertel sind, wie viel jetzt nochmal? Sind glaube ich 2,25 und 2,25 plus 4 sind 6,25 und dementsprechend kommen wir auf diese Form. Ziehen wir die Wurzel aus 6,25 mit dem Taschenrechner oder wir kennen sie, dann wissen wir, dass wir auf minus 1,5 plus minus 2,5 kommen, können das Ganze ausrechnen und kommen auf x1 ist gleich 1, x2 ist gleich minus 4. So und nun zu dem kleinen Trick. Wir rechnen. Was wir uns merken müssen ist eigentlich nur minus p halbe. Wir nehmen uns also p ist 3 und setzen es ein in minus p halbe. Kommen wir auf minus 3 halbe. Gut, minus 3 halbe steht vor dem Plus Minus. Das müssen wir uns merken. Dann kommt die Wurzel und dann kommt das, was vor dem Plus Minus steht, in eine Klammer und wird quadriert. Dementsprechend muss man sich das hier nicht so wirklich doll merken oder nicht extra nochmal einsetzen, hier das p. Denn, richtig, man könnte jetzt sagen, hier steht ja minus p halbe und hier hinten steht ja nur p halbe. Also hier steht minus p halbe, hier hinten steht nur p halbe. Das stimmt an sich, aber wenn man minus p halbe quadriert, kommt man auch auf eine positive Zahl. Es ist ja dasselbe wie p halbe quadriert. Da sind wir wieder bei der Sache, die wir vorhin auch hatten. Quadrate, negative Zahlen zum Quadrat ergeben immer positive Zahlen genauso wie die positive Zahl zum Quadrat. Und jetzt muss man nur noch minus q rechnen. Das ist der kleine Trick, die kleine Hilfe, die man sich da machen kann. So, und jetzt gucken wir uns die Lösungsformel mal ein bisschen genauer an beziehungsweise würde ich sagen, es wäre ja zu einfach, wenn jede Gleichung so gelöst werden könnte. Kann sie rein theoretisch, aber es gibt da noch ein paar Unterschiedlichkeiten. Die Diskriminante ist jetzt interessant. Und Diskriminante ist ein Begriff, der, ich habe jetzt mal die Wurzel eingekreist, das stimmt eigentlich nicht ganz, denn die Diskriminante ist eigentlich nur das unter der Wurzel. Ähm, die Diskriminante ist das, äh, der Teil unter der Wurzel und der entscheidet darüber, was, äh, wie viele Lösungen eine quadratische Gleichung hat. Diskriminante ist übrigens ein Begriff, der nur hier, äh, im Zusammenhang mit dem Part unter der Wurzel, ähm, in Verbindung gebracht werden kann. Nur hier und nirgendwo anders, glaube ich, möchte ich meinen. Ich relativiere wieder alles. So, und wenn diese Diskriminante größer ist als 0, dann kann man für gewöhnlich eine Wurzel ziehen, äh, und kommt auf zwei Lösungen. Wenn die gleich 0 ist, dann kann man keine Wurzel ziehen, beziehungsweise doch kann man die Wurzel aus 0, ähm, hat dann plus minus 0, kommt also auf nur eine Nullstelle. Man könnte auch sagen, es ist eine doppelte Nullstelle, das ist später noch wichtig. Ähm, ganz, 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 ganz viel später. Ähm, diese Nullstelle ist dann natürlich x ist gleich minus p halbe, das ist ganz, äh, natürlich. Wenn natürlich dieser Teil hier wegfällt, weil der Teil 0 ist, äh, dann steht nur noch das vorherige da. Und wenn die Diskriminante kleiner ist als 0, dann lässt sich natürlich aus einer negativen Zahl im Bereich der realen Zahlen keine Lösung, äh, keine Wurzel ziehen, meine ich. Und wir kommen auf keine Lösung. Kurze Kunstpause, um das alles zu verstehen. Es geht weiter mit Gleichungen höheren Grades, denn das war bis jetzt irgendwie noch nicht allzu schwer. Und wenn doch, dann solltet ihr euch das Video nochmal von vorne angucken, oder an dieser Stelle eine Pause machen und, äh, morgen weitergucken oder nochmal angucken, denn die Gleichungen höheren Grades haben nochmal ein bisschen mehr in sich. Die Gleichungen höheren Grades werden nämlich nicht mehr einzeln definiert als, äh, Quadratisch, äh, Gleichung 3, dritten Grades, Gleichung vierten Grades, sondern sie werden mit Gleichung n Grades bezeichnet. Und, äh, wir haben jetzt auch nicht mehr a, b, c und d, sondern wir haben a1, ne, a0, a1, a2, a3 bis a n. Da braucht man viel Vorstellungskraft, um das erstmal zu kapieren. Ähm, wir haben quasi n als eine beliebige natürliche Zahl. Ganze Zahl. Wir haben also a n hoch x, äh, mal x hoch n. Das heißt a3 mal x hoch 3. a4 mal x hoch 4. So, und dann rechnen wir einfach, ähm, plus a n hoch, äh, a n minus 1. Wenn wir hier also a4 x hoch 4 haben, dann haben wir a 4 minus 1, also a3 x hoch 4 minus 1 x hoch 3. Und so geht das weiter und man rechnet n minus 2, n minus 3, n minus 4, bis man irgendwann auf a1 mal x hoch 1 kommt und dann irgendwann a0 hat. a0 ist was anderes als a1. 0 und 1 und diese ganzen Ziffern, das sind hier in diesem Fall Indizes. Indizes ist der Plural von Index, sollte man dazu sagen. Und das heißt, ähm, es sind verschiedene Werte. Es gibt allerdings Sonderformen und die Sonderformen möchte ich euch so ein bisschen nahe bringen heute. Die erste Sonderform ist, äh, eine Sonderform, die wir bei der quadratischen Gleichung schon hatten. Das ist nämlich die Sonderform, dass das Absolutglied fehlt. Absolutglied ist in diesem Fall a0, weil hinter a0 kein Faktor mehr steht, der irgendwie x ist. Das heißt, das Absolutglied fehlt, das ist die erste Sonderform. Die zweite Sonderform, äh, ich, ich glaube, ich sollte das nicht so, äh, erklären, wie ich es hier aufgeschrieben habe, denn das ist noch verwirrender. Ähm, die zweite Sonderform hat nur gerade Exponenten von x. Und nur gerade Exponenten von x bedeutet, dass das n immer zweifach zählt. 2n. Das heißt, wenn n 2 ist, dann steht hier a4x hoch 4 plus a2 mal n minus 1, also, äh, 2 mal 1. Plus a2x hoch 2 plus, das können wir jetzt getrost weglassen, beziehungsweise, das ist ja schon das hier, ähm, plus a0. Und dann sehen wir, an 0 können wir auch x hoch 0 schreiben, dahinter quasi, weil x hoch 0 ja 1 der Gipfel multiplizieren ja mal mit 1. Und, ähm, das ist, äh, die Stelle, wo man sagen kann, das ist eine Sonderform insofern, dass nur gerade Exponenten von x vertreten sind. Exponent ist das, was über dem x steht. So, und diese Sonderform gilt es ja zu lösen. Diese Sonderform sind der Grund, also die, die Sonderform gibt es einfach deswegen, weil es leichter zu lösen ist. Die erste Sonderform, ich habe es nochmal aufgeschrieben, hat kein Absolutglied und ein Beispiel. x hoch 4 minus 3x hoch 3 minus 4x² ist gleich 0. Das Ganze können wir, dadurch, dass es kein Absolutglied ist, ausklammern, faktorisieren. Und hier haben wir noch eine Sonderform, wir haben sogar kein Absolutglied und auch kein Linearglied. Das heißt, wir können hier nicht nur x ausklammern, wir können hier gleich x² ausklammern. Und das heißt, x² ist ein Faktor, der, nein, doch, ist ein Faktor des Produkts, das 0 ergeben muss. Wir haben hier quasi jetzt, ja, man könnte jetzt sagen, wir haben zwei Faktoren. Wir haben einmal x² und wir haben einmal x² minus 3x minus 4, das ist der zweite Faktor. Man könnte aber auch sagen, man hat drei Faktoren, weil x², ja, x mal x bedeutet. Das heißt, wenn einer dieser Faktoren 0 wird, wird die Gleichung 0. Und dementsprechend haben wir hier zweimal x bei dem x, oh, nee, das wollte ich nicht, bei dem x². Und dadurch, dass wir zweimal x haben bei dem x², ist nicht nur x1 0, sondern x1 und x2 gleich 0. Und dementsprechend der zweite Faktor auch, x² minus 3x minus 4 ist 0. Dieser x² minus 3x minus 4 wird gelöst mit der Lösungsformel, die ich euch vorhin gezeigt habe. Und wir kommen auf x3 ist gleich 4, x4 ist gleich minus 1. Ich lasse das noch 10 Sekunden stehen, damit ihr euch das überlegen könnt. Ihr könntet auch Pause machen an dieser Stelle, aber, ähm, naja, egal. Lösung von Gleichung Höhengerades, zweite Sonderform. Ich habe vergessen, den File zu animieren. Ist egal, der File bleibt da. Zweite Sonderform, nur gerade Exponenten von x, hatte ich auch schon erwähnt. Wir haben also ein Verfahren, was wir verwenden, und dieses Verfahren nennt sich Substitutionsverfahren. Ich habe uns ein Beispiel rausgesucht, damit wir das Substitutionsverfahren mal so ein bisschen verstehen können. Wir haben die Gleichung x hoch 4 plus 4x² minus 32 ist gleich 0. Und diese Gleichung gilt es zu lösen. Und zwar bedienen wir uns der Substitution, indem wir sagen, x² ist gleich t. Wir ersetzen also jedes x² durch t. Und aus x² wird dementsprechend t², aus x² wird dementsprechend t. Aus 32 wird 32 dabei, ist ja kein x da. So, jetzt können wir das lösen wie eine quadratische Gleichung. Ich habe das mal hier ein bisschen verkürzt, aufgefasst. Ich habe die Lösungsformel nicht mehr explizit ausgewiesen jetzt hier. Und, naja, auf jeden Fall kommen wir auf minus 2 plus minus 6, kommen auf t1 ist gleich 4 und t2 ist gleich minus 8. Und jetzt müssen wir natürlich aus der t wieder ein x machen. Wir haben ja jetzt noch keine Lösung, sondern wir haben jetzt nur t. Und jetzt gilt es, das Ganze wieder zu resubstituieren. Also die Resubstitution ist jetzt gefragt. Und die funktioniert, indem wir einfach das, was wir oben gemacht haben, umkehren. Indem wir sagen, x² ist gleich t. Und dementsprechend ist x12 gleich Wurzel aus t1. Dementsprechend eigentlich plus minus Wurzel aus t1. Habe ich vergessen. Also Wurzel in Anführungsstrichen jetzt wieder, ne, kommen auf Wurzel aus 4 ist 2, beziehungsweise minus 2. Und x3, 4 ist die Wurzel aus t2. Die Wurzel aus t2 wäre die Wurzel aus minus 8, die ist nicht definiert und dementsprechend entfallen x3 und x4. Es gibt also für diese Gleichung vierten Grades nur zwei Lösungen. x1 ist gleich 2 und x2 ist gleich minus 2. Jetzt kommt das härteste, was ihr je in eurem Leben gesehen haben werdet. Es sei denn, ihr habt das vorher schon mal gesehen, dann wird es natürlich jetzt nicht so hart sein. Es kommt das Lösen von Gleichungen höheren Grades für die allgemeine Form. Und hier gibt es eine ganz bestimmte Verfahrensweise. Wir beginnen einfach damit, eine Lösung durch Probieren zu finden. Finden eine Lösung x1 durch Probieren. Das tun wir, indem wir für x ganzzahlige Teile des Absolutgliedes einsetzen. Werde ich nachher noch erklären, was genau das bedeutet. Dann spalten wir einen Linearfaktor ab. Werde ich auch gleich noch bedeuten, was ein Linearfaktor ist. Diesen spalten wir ab durch die Polynom-Division. Und dann haben wir eine neue Gleichung, von der wir die Lösung errechnen. Gut, also für einige denke ich mir, ist diese Folie, die ihr jetzt seht, dieses Bild so der totale Wahnsinn. Und ihr habt überhaupt keine Ahnung, was das alles heißt. Ist nicht schlimm. Es hat für gewöhnlich niemand eine Ahnung, wenn er das das erste Mal hört. Zuerst einmal möchte ich was über Linearfaktoren sagen. Und ich habe schon wieder was nicht animiert. Okay, Linearfaktoren bedeutet, ich habe mal ein Beispiel x hoch 4 minus 3 x hoch 3 minus 4 x² ist gleich 0. Hier oben so. Dieses Beispiel hat die Lösung, die habe ich jetzt nicht extra aufgeführt, sondern dieses Beispiel ist einfach so. Hat die Lösung x1 und x2 ist gleich 0, x3 ist gleich 4 und x4 ist gleich minus 1. Jetzt kann man diese Gleichung, oh, das wollte ich ja gar nicht, diese Gleichung kann man mit Hilfe von Linearfaktoren darstellen. Und ein Linearfaktor ist immer x minus xn. Und hier haben wir x minus x1 als ersten Linearfaktor. Hier haben wir x minus x2 als zweiten Linearfaktor. x minus x3 als dritten Linearfaktor. Und x minus x4 als vierten Linearfaktor. Das heißt, wir nehmen einfach die Nullstellen, die wir haben, 1, 2, also 2 mal die 0, 1 mal die 4 und 1 mal die minus 1 und setzen die anstelle von xn ein. Und dann multiplizieren wir das alles miteinander und dann müssen wir auf 0 kommen. Das heißt, x minus 0, weil x1 gleich 0 ist, x minus 0, weil x2 gleich 0 ist, x minus 4, weil x3 gleich 4 ist und x plus 1, weil x4 gleich minus 1 ist. Hier müsste quasi x minus minus 1 stehen. Und dieses hier, diese Gleichung, drückt quasi die obere Gleichung aus. Jetzt ist es so, dass wir das natürlich überprüfen wollen und das habe ich hier an sich schon überprüft. Ich möchte euch nur noch zeigen, wie ich das überprüft habe. Und zwar mit einer Erklärung, wie man Klammern, also wie man Summen in Klammern miteinander multipliziert. Wenn wir sagen, wir haben a plus b und c plus d, dann rechnen wir a mal c plus a mal d plus b mal c plus b mal d. Das bedeutet, wir rechnen alles mal alles. Wir multiplizieren alles mit allem. Und dann kommen wir auf a mal c plus a mal d plus b mal c plus b mal d. Ganz logisch. Und das Ganze jetzt angewandt auf diese eine Gleichung. Ich habe das hier Schritt für Schritt gemacht. Ich habe jetzt x minus 0 mal x minus 0 gerechnet. Das wäre in diesem Fall eben x mal x plus, also x² eben, plus x mal minus 0 ist 0, plus 0 mal x, beziehungsweise plus minus 0 mal x, dieses hier, plus 0. Kommen wir also auf x², was übrig bleibt. So, jetzt habe ich das so gemacht, dass ich dieses x² mal der nächsten Summe gerechnet habe. Quasi x² mal x minus x² mal 4. Komme ich auf x hoch 3 minus 4 x hoch 2. Und dann habe ich hier wieder zwei Summen, die ich genau so lösen kann. Komme ich auf x hoch 4 minus 4 x hoch 3 plus x hoch 3 minus 4 x². Und dieses minus 4 x hoch 3 plus x hoch 3 kann man zusammenfassen zu minus 3 x hoch 3. Dementsprechend komme ich auf x hoch 4 minus 3 x hoch 3 minus 4 x² ist gleich 0. Warum ich das alles gemacht habe, um zu zeigen, dass wir wieder bei der obigen Gleichung sind und dass man die Linearfaktoren so darstellen kann. Kommen wir wieder zur Gleichung höheren Grades. Wir haben ein Beispiel, x hoch 4 plus 4 x hoch 3 plus 2 x² minus 8 x minus 8 ist gleich 0. Jetzt ist die Frage, was sind ganzzahlige Teile des Absolutgliedes? Das durchprobieren hier erstmal ignorieren. Ganzzahlige Teile des Absolutgliedes sind ganzzahlige Teile von 8. Und ganze Zahlen, wir erinnern uns, sind Zahlen ohne Komma, allerdings Plus und Minus. Das heißt, ein Teiler von 8, ein ganzzahliger Teiler von 8 ist minus 8, ist schon mal 1. Der zweite ist minus 1, weil man 8 durch minus 1 teilen kann und immer noch auf eine ganze Zahl kommt. Wenn man minus 8 durch minus 1 teilt, dann kommt man auf 8. Dann haben wir hier noch 2 und minus 2, 4 und minus 4, 8 und minus 8. Wir setzen all dies ein, setzen quasi 1 ein und gucken, ob wir auf 0 kommen. Kommen wir nicht, setzen minus 1 ein, setzen 2 ein, setzen minus 2 ein und bei minus 2 sehen wir, wir kommen auf 0. Dementsprechend heißt es, wir haben durch probieren die erste Lösung gefunden, die da lautet, x1 ist gleich minus 2. Und jetzt kommt genau das, was wir eben besprochen haben, zu uns zugute, dass wir einen Linearfaktor bilden. Und der Linearfaktor, den müssen wir abspalten durch Polynomendivision, das kommt gleich noch. Fakt ist, dass der Linearfaktor x minus x1 heißt. Und x minus x1 heißt in diesem Fall x minus minus 2 und ist dementsprechend x plus 2. Und nun, meine Damen und Herren, kommt die Polynomendivision. Und die Polynomendivision ist nichts anderes als die schriftliche Division, die man in der Grundschule gelernt hat, nur mit Variablen und mit Plus und Minus. Wir haben also die Gleichung, die wir von Anfang an hatten, x hoch 4 plus 4x hoch 3 plus 2x² minus 8x minus 8. Lassen wir mal das x gleich 0 weg und teilen genau diesen Teil durch den Linearfaktor. Und der Linearfaktor, den haben wir gerade festgestellt, das ist x plus 2. Und jetzt kommt das Härteste. Wir nehmen uns das erste Glied, beziehungsweise wir haben hier zwei Glieder drin. Oh, im Linearfaktor zwei Glieder drin. Das heißt, wir nehmen uns hier die ersten beiden Glieder. Wir gucken uns an. x hoch 4 plus 4x hoch 3 geteilt durch x plus 2. Wir machen es leichter, wir nehmen uns nur das erste Glied. Wir teilen x hoch 4 durch x. Und x hoch 4 durch x ist, richtig, x hoch 3. Und das schreiben wir hin. Das schreiben wir so hin, wie es ist. x hoch 4 ist gleich, äh, x hoch 4 durch x ist gleich x hoch 3. Und jetzt überprüfen wir das Ganze, weil nämlich x hoch 3 mal x gleich x hoch 4 ist. Jetzt haben wir hier aber noch eine 2 stehen. Und das müssen wir jetzt, wenn wir das rückschlüssig rechnen, so wie wir das bei der schriftlichen Division machen, müssen wir auch mit einem berechnen. Wir rechnen quasi plus 2x hoch 3. Also plus 2 mal x hoch 3. Und das schreiben wir uns hier unten drunter. x hoch 3 mal x ist x hoch 4, das steht da. Und x hoch 3 mal plus 2 ist plus 2x hoch 3. Ist einfach. Jetzt bilden wir davon die Differenz quasi von diesen beiden. x hoch 4 plus 4x hoch 3 rechnen wir, beziehungsweise ziehen wir x hoch 4 plus 2x hoch 3 ab. Kommen auf 2x hoch 3, weil hier 0 rauskommt. Und jetzt sehen wir hier, habe ich hier schon 2x² hingeschrieben. Das ziehen wir uns nämlich von oben runter und rechnen mit diesem Term, den wir hier haben, genau so weiter, wie wir es eben mit diesem Term da oben gemacht haben. Wir rechnen quasi 2x hoch 3 durch x und kommen auf 2x hoch 2. Das gleiche rechnen wir rückschließend, rückbezüglich, kommen quasi auf 2x hoch 3 plus 4x², weil 2x² mal x 2x hoch 3 ist und 2x² mal 2 4x hoch 2. Rechnen das Ganze wieder minus, kommen auf minus 2x², ziehen uns die minus 8x nach unten, rechnen das noch einmal genauso. Also rechnen minus 2x² durch x, kommen auf minus 2x. Rechnen rückbezüglich, rückwirken, minus 2x mal x ist gleich minus 2x². Da, genau. Und minus 2x mal plus 2 ist minus 4x. Das Ganze rechnen wir wieder minus und kommen auf minus 4x, holen uns die 8 von da oben runter, beziehungsweise die minus 8, mein Fehler. Und rechnen das Ganze noch einmal, so wie ich es eben erklärt habe. Ich erkläre es nochmal. Minus 4x rechnen wir durch x, kommen auf minus 4. Denn minus 4 mal x ist minus 4x. Rechnen das Ganze rückbezüglich, minus 4 mal x ist minus 4x und minus 4 mal plus 2 ist minus 8. Wir können hier wieder die Differenz bilden, kommen auf genau 0. Wenn wir hier nicht auf 0 kommen, dann ist die Lösung, die wir durch Probieren gefunden haben, falsch. So, jetzt haben wir quasi den Linearfaktor abgespalten. Das bedeutet, dieser gesamte Term, den wir hier haben, wenn wir diesen Term mal diesen Linearfaktor rechnen, kommen wir auf diese Gleichung. Und jetzt können wir genau das anwenden, was wir vorhin schon die ganze Zeit angewandt hatten, beziehungsweise was ich die ganze Zeit schon erzählt habe, nämlich, dass es heißt, wenn es ein Produkt ist, dann 0, wenn mindestens ein Faktor 0 ist. Und da wir hier jetzt einen Faktor haben, wenn wir dieses mal diesem rechnen und auf das kommen, wissen wir entweder das ist 0 oder das ist 0. Und dass das 0 ist, das ist klar. Wenn wir für x jetzt minus 2 einsetzen, haben wir ja minus 2 plus 2. Aber dass das 0 ist, das ist noch nicht klar. Und dementsprechend geht es weiter. Das setzen wir 0. x hoch 3 plus 2x² minus 2x minus 4 ist gleich 0. Und wisst ihr, was das Schlimme ist? Wir müssen diese ganze Polynomendivision nochmal machen. Denn auch hier haben wir keine Sonderform vorliegen. Wir gucken also, was wir für ganzzahlige Teile haben. Wir haben 1, minus 1, 2, minus 2, 4 und minus 4. Die lassen sich alle, also minus 4, also das Absolutglied, lässt sich durch alle diese Teile teilen und kommt dennoch auf eine ganze Zahl und probieren diese Zahlen. Kommen auf minus 2. Und jetzt sehen wir schon, dass x1 minus 2 ist und x2 minus 2 ist. Das heißt, dass minus 2 definitiv eine doppelte Nullstelle, sagt man Nullstelle? Nein, eine doppelte Lösung ist. Nullstelle heißt es bei Funktionen nachher. Also sind wir auf Probieren auf minus 2 gekommen. Haben wir also wieder denselben Linearfaktor x plus 2. Noch einmal sacken lassen. Und dann geht es weiter auf der nächsten Folie mit der Polynomendivision, die da jetzt bedeutet x hoch 3 plus 2x² minus 2x minus 4 geteilt durch x plus 2, weil x plus 2 jetzt der Linearfaktor ist. Das geht ein Glück ein bisschen schneller. Wir rechnen x hoch 3 durch x, kommen auf x². Wir rechnen x² mal x und x² mal 2 und kommen auf x hoch 3 plus 2x². Rechnen minus, kommen auf Null. Ziehen uns jetzt, weil wir zwei Glieder immer brauchen, uns gleich zwei Glieder mit nach unten. Was da bedeutet, minus 2x minus 4. Rechnen also minus 2x durch x, kommen auf minus 2, rechnen das rückbezüglich, rückwirkend. Minus 2 mal x ist minus 2x, minus 2 mal plus 2 ist minus 4 und kommen, wenn wir das Ganze subtrahieren, auf Null. Haben wir also eine neue Skype-Nachricht, kommen wir also, wenn wir das subtrahieren, auf Null. Haben wir also eine neue Gleichung, die wir lösen und hier sehen wir, x² minus 2 ist die erste Sonderform der quadratischen Gleichung. Können wir einfach umstellen und wissen, x3 und 4 ist plus minus Wurzel aus 2. Jetzt können wir als Lösungsmenge, beziehungsweise so jetzt noch hinschreiben, x1 ist gleich minus 2, x2 ist gleich minus 2, hatten wir auf der vorherigen Folie gelöst. Und x3 ist Wurzel 2 und x4 ist minus Wurzel 2. Hammer. Wir haben es echt geschafft, in 35 Minuten das Ganze durchzukauen. Die Folge ist jetzt zu Ende. Ich würde euch vorschlagen, wenn ihr überhaupt kein Land gesehen habt, guckt euch die Folge nochmal an. Wenn ihr immer noch kein Land seht, guckt euch die Folge zum Lösen lineare Gleichung an. Wenn immer noch nicht, probiert es selbst aus. Macht selbst, drückt immer wieder Pause, notiert euch diese Funktion, diese komplexe Funktion, die ich hier hatte. Und schreibt ihr immer wieder mit. Das ist echt ein schwieriges Thema. Ich habe wenige gesehen, die das selbst gleich beim ersten Mal kapiert haben. In der nächsten Folge werden wir mal abgehen von diesen ganzen Gleichungen und werden als Grundlage irgendwann für die Funktionen die Ebene Geometrie behandeln. Wir haben Berechnungen der Ebenen Geometrie, Kreisberechnungen und Dreiecke. Dementsprechend auch trigonometrische Beziehungen, die wir ganz wichtig irgendwann später noch brauchen. Wichtig ist, das baut alles aufeinander auf, was ihr hier lernt. Dementsprechend würde ich euch empfehlen, diese Folgen in der richtigen Reihenfolge anzugucken. Aber auch nichts irgendwie auf der Strecke liegen zu lassen. Ihr müsst alles kapieren, damit es weitergeht. Alles baut aufeinander auf. Dementsprechend war es das für diese Folge. Ich bin Manu von Jean-Hilf dir. Ich freue mich auf das nächste Mal. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Montag ist Videotag. Schubkarre! Schubkarre!